Moin, jo, der Titel, der Titel hat es schon angezeigt. Messer & Co. Giveaway, Schweizer Taschenmesser, multifunktional im wahrsten Sinne, sozusagen ein Firestarter Victorinox Set, gesponsort von Messer & Co. Da gehen dicke Grüße raus an Dirk Wanger. Wenn ihr Interesse an diesen Paracord hier habt, ich habe auch ein Video dazu gemacht und diesen kleinen Zündelzwergen, diesen Mischmetallfeuerstäben, dann checkt Messer & Co. mal aus, da bekommt ihr die. Hier soll es jetzt aber darum gehen, dass Dirk zu mir sagte, als er mir den Kram halt zugeschickt hatte, damit ich den mal auschecke, dass ich gerne eines der Messer beiseite nehmen dürfe zur Verlosung. Und das mache ich gerne, so ein Victorinox mit Säge, großer Klinge. Das ist doch ein Werkzeug, das man wirklich immer gebrauchen kann. Zweihändig, dadurch 42a-konform. Das sind einfach in meinen Augen die besten universellen Multitools-Messer, die es am Markt gibt. Ein Victorinox führt einfach kein Weg dran vorbei. Und hier haben wir halt jetzt eingefügt, so einen kleinen Zündelzwerg in diesem Hohlraum. Dazu checkt ihr am besten mein Video mal zu ab. Das werde ich euch auch verlinken. Da erfahrt ihr weitere Infos. Den Blenatier aus diesem Entflammbaren, also der Kern des Paracords ist entflammbar. Und ja, den habe ich geknüpft. Der bleibt hier dran. Und ich packe euch auch noch zwei Ersatz-Firesteels mit dazu, falls man mal einen verlieren sollte. Ich denke, das ist durchaus möglich. Und dieses Setup, um ein Feuer zu starten, Victorinox Firestarter, nenne ich das jetzt mal. Finde ich schon sehr cool. Hätte ich tatsächlich selber gerne. Aber gut, kann ich mir dann auch knüpfen machen. Ein paar von den Winzlingen habe ich ja noch von den Firesteels. Aber dieses Set hier, das geht jetzt an einen von euch raus. Und ihr müsst nicht viel machen, außer vielleicht, wenn ihr mögt. Finde ich immer nett. Ein kleines Dankeschön raus an Messer und Co. in den Kommis. Das wäre noch ganz nett. Aber ansonsten gibt es hier nichts, was ihr machen müsst. Einfach nur Interesse bekunden in den Kommis. Und dann seid ihr automatisch dabei. Dann lasse ich das Giveaway ungefähr zwei Wochen laufen. Wer dann den Gewinner ermitteln. Und wenn ich dann die Anschrift habe, dann geht dieses tolle Modell an die Person raus. Und ja, die kältere Jahreszeit kommt ja jetzt so langsam. Dann sind viele von euch bestimmt öfter wieder draußen als bei den hohen Temperaturen im Sommer. Und da kann man solch ein Modell hier mit Sicherheit gut gebrauchen. Dirk, vielen Dank dafür, fürs Möglichmachen dieses Videos-Giveaway-Messer & Co. Victorinox Firestarter. Alles klar. In diesem Sinne, ich drücke euch die Daumen. Möge das Messer zu der Person kommen, die es dann auch wirklich nutzt und seine Freude mit hat. Und ich verbleibe wie immer mit Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.